So, und wir sind zurück in einer neuen Folge Far Cry 3 und, oh ja, da ist die Zeit. Jetzt ist da gerade Lagerfeuer, so wie es ausschaut. Nein, ich habe mir gedacht, jetzt ist der Waffen-Shop kaputt. Glück gehabt. Oha, was war denn hier los? Oh, da war ein Dipper. Oha, oder nicht? Oha. 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 Ich versteh nicht. Ich muss sofort zum Tempel. Ja, sofort zum Tempel. Auf geht's. Riley, wir müssen los, jetzt! Ja, lass die Zeit mal sitzen. Wo ist er denn in der Riley? Darin sitzt er nicht. Ah, da ist er. Oh, da ist er aber jetzt schön düster. Wo sind denn alle verflucht? Ja, da ist wenig los. Sitra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Oha, oha, oha. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nur bist du perfekt. Du bist meine Schuld. Ich ließ dich lieben, mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Sitra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben will. Das ist ja nett, aber... ...den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreien. Und dann... ...gehöre ich dir. ... ... ... ... ... Oh, jetzt will man es irgendwie befreien messen. ... ... ... ... ... ... Ich kann es nicht mehr animieren. nicht wieder zurück eui mächtiger du bekommst das letzte ist gerade jetzt bin ich erschreckt oh man, oh man, oh man vollende den Pfad, sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles was du auf dieser Insel getan hast, verschwinde du bist bereit, Krieger hier ist deine Krieger aber sonst weiß ich guck mal nix anderes machen als gerade nicht mua 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 freind kein Krieger mehr sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen. Ist jetzt auf alle Fälle egal. Immer willkommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich. Jason, was ist los mit dir? Sitra hat mich erlöst, uns alle erlöst. Und du willst ihre Liebe nicht... Wow. Ich liebe dich. Verlass mich nicht. Verzeih mir. Oha oha. Sitra ist unerleidig. Sitra, bitte verlässt mich noch nicht. So, jetzt glaube ich haben wir das Spiel durchgespielt. Äh. So wie es ausschaut. Das war mein erstes Let's Play-Besetz, also das erste Spiel insgesamt. Ich hoffe euch hat das gefallen, aber wir werden jetzt noch ein bisschen weiter machen. Äh, wir werden jetzt die letzte Mission noch machen, die wo im DLC-Pack dabei waren. Ah, nein, im DLC-Pack. Im Erweiterungs-Pack dabei waren, die werden wir jetzt noch zocken. Und dann werden wir mit Amnesia the Dark Descent anfangen. Ich kann nicht mehr zurück, ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. Jo, genau so wie es mir gedacht habe. Aber auf alle Fälle. Jetzt kann man den Tempel nicht mehr betreten, oder? Hm. Dann werden wir, wir haben ja noch ein paar Funktürme. Wollen wir auf alle Fälle noch erobern werden. Da, den, den, den. Das Lager werde ich jetzt nicht mehr erobern. Äh. Aber, ja, weil das einfach auf Zeit langweilig wird, glaube ich. Können Sie mir auch mal ein Kommisch schreiben. Ah, da hinten ist eine Kiste. Erlenkete. Jetzt wird es mich bloß interessieren, ob es jetzt noch ein Rackyardkrieger gibt. Uh, fortführe ist er auch. Hehehe. Nein, 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 nein. Oh. Sorry. Piraten wird es auf alle Fälle nur irgendwo geben. Ah, mit der Rackyardkrieg bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es da jetzt noch welche geben wird. Oh. Er hat ein bisschen wenig PS. Wunderbare Strasse da, aber das Auto ist nicht das wahre. Wow. Wow, da geht es runter. Wow. Oh, raus. Ja, Piraten. So. Da messen wir es mal rauf. Hm, da haben wir noch unser Schaufschützengewehr da. Und unser 44er Magnum, die haben wir auch noch. Da oben ist der. Oh. Schaut schon ein bisschen verfaulter aus. Schauen wir mal, ob wir das packen. Jo, und auf alle Fälle war es jetzt wieder mit der Folge. Jetzt hören wir uns den Turm noch. Und dann werden wir uns hoffentlich in den nächsten sehen. Äh, das wird wahrscheinlich dann auch die vor, vor, vorletzte sein oder so. Äh, au, au, wow. Oh, knapp. Ich schätze, dass jetzt noch drei Folgen kommen werden von Far Cry. Und dann ist das Let's Play beendet. Äh. Ah, da hinten muss ich rüber. Das ist aber wachhalsig da. Pärlingkette schon wieder. Jetzt sind wir ja dann weit reich mit den Dinger. So, und da rauf geht's. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Über Likes, Kommentare und Abos würde mich sehr freuen. Äh. Ja, freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ja, wenn ihr im Kampf beisteht. Genau, jetzt haben wir den auch. Da ist eine Höhle. Eine Höhle. Buggy. So, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.